Hallo, heute möchte ich dir vier wertvolle Tipps mit an die Hand gehen, wie du besser mit dem Verlust eines geliebten Menschen, sprich eines vorausgegangenen Verstorbenen, zurechtkommen kannst. Hallo, mein Name ist Cynthia Detzler, ich bin ein Jenseits-Kontakt-Medium, Speaker und medialer Coach. In meiner tagtäglichen Praxis erlebe ich natürlich die Trauer in ganz, ganz vielen Variationen und Emotionen. Jeder trauert anders und das ist auch gut so und das ist auch richtig, weil die Trauer etwas ganz Individuelles ist. Wenn ein geliebter Mensch vorausgeht, dann ist das das Schlimmste, das Schwierigste, was wir in einem Menschenleben erleben und durchleiden können. Es zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Wir möchten am liebsten laut schreien, Welt, halt doch bitte an, schau doch mal, was hier Schlimmes passiert ist. Warum drehst du dich einfach weiter, wie wenn nichts geschehen wäre? Für uns bricht eine ganze Welt zusammen. Und ich weiß, was das bedeutet, denn auch ich habe schon einige Vorausgegangene in der geistigen Welt. Durch meine Arbeit weiß ich natürlich heute auch, dass sie nicht weg sind, dass sie weiterhin an unserer Seite sind, dass sie mit ihrer ganzen Liebe und Aufmerksamkeit da sind und dass es kein Abschied für immer ist, sondern nur auf Zeit und dass wir uns eines Tages alle wiedersehen. Bis dahin braucht es natürlich auch Hilfestellungen, Unterstützungen, damit wir diese für uns oftmals sehr lange Zeit, im Geistigen gesehen ganz wenig Zeit, weil dieses irdische Leben geht ganz schnell vorbei aus geistiger Sicht. Für uns auf der irdischen Ebene kann das sehr lang dauern, bis wir dann wieder an dem Ort sind, wo unsere Liebsten auch sind. Was kannst du also jetzt tun? Tipp Nummer 1. Trauere so, wie es für dich gut ist, richtig ist. Keiner kann dir von außen sagen, wie du trauern solltest und auch wie lang. Jede Trauer ist ganz individuell und du solltest keine Scheu haben, deine Trauer zu zeigen. Denn die Menschen im Außen wollen sich mit der Thematik Tod, Trauer, Schmerz, Leid nicht auseinandersetzen. Jeder will immer jung, hübsch, frisch, gesund, lebendig sein. Natürlich, aber der Tod ist etwas, das zu unserem Leben dazugehört. Und so müssen die Menschen draußen auch deine Trauer aushalten können. Denn die wenigsten können mit Emotionen oder sind empathisch zu anderen hin und können damit umgehen. Aber das ist nicht dein Problem. Du, also du, nicht ich, du darfst trauern. Wenn du jetzt natürlich schon jahrelang trauerst und nicht mehr zurück ins Leben findest, dann solltest du dir auf jeden Fall professionelle Unterstützung nehmen. Das kannst du aber auch schon ganz zu Anfang, weil ich finde, professionelle Unterstützung ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Keiner muss da alleine durch. Und unsere Liebsten wollen nicht, dass wir traurig sind. Unsere Liebsten wollen für uns, dass es uns gut geht. Dass wir weiterhin am Leben teilnehmen. Dass wir ganz viel erzählen können, wenn wir zurückkehren. Denn sie wissen, dass wir uns wiedersehen. Und sie können ja auch zu uns kommen. Wir sind die, die in diese Gewissheit kommen müssen, dass sie zwar nicht mehr so da sind, wie wir sie vielleicht gerne hätten. Was aber nicht heißt, dass sie nicht da sind. Nur in einer anderen Form. Also, trauer so, wie du es für richtig hältst. Wenn du aber überhaupt nicht mehr den Anschluss findest, bitte nimm dir professionelle Unterstützung. Tipp Nummer 2. Meditationen. In sich gehen. Das ist eine ganz wunderbare Sache, um bei sich anzukommen. Um sich mit sich auseinanderzusetzen. Um zur Ruhe zu kommen. Egal, wie du das machst. Ob du dir eine geführte Meditation anhörst. Ob du in die Natur gehst. Ob du eine Gehmeditation machst. Ob du dich zu Hause in Ruhe hinsetzt. Mit einer schönen Tasse Tee, Kaffee, Kakao und Musik hörst. Und damit zur Ruhe kommst. Es geht darum, dass du zu dir auch findest. Dass du atmest. Dass du mit dir bist. Und wenn dir zum Beispiel eine geführte Meditation hilft. Dann schau doch gerne mal auf meiner Seite www.syndia-dezla.de vorbei. Weil ich habe ja tagtäglich mit diesen, ja, Emotionen, Trauerzuständen zu tun. Ich habe eine Hypnosefortbildung. Und ich habe extra für Menschen, die mit dem Verlust eines geliebten Menschen ganz schwierig zurechtkommen, eine Meditation geschrieben. Die habe ich eingesprochen per MP3. Die kannst du gerne bei uns über die Internetseite buchen. Und dann lassen wir dir sie zukommen. Dann kannst du dir sie ganz bequem auf dein Handy herunterladen. Dann kannst du sie dir ganz bequem auf dem Laptop anhören, auf dem Tablet. Wo immer du es möchtest. Sie nennt sich besser mit dem, ja, Verlust Schmerz umgehen. Besser mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen. Vielleicht hilft sie dir ja weiter. Ansonsten hör dir Meditationen an, die dir gut tun. Heilfrequenzen, die dir gut tun. Wo du zur Ruhe kommen kannst. Tipp Nummer 3 sind Trauergruppen. In Trauergruppen hast du die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten, die, die dasselbe durchgemacht haben, dich auszutauschen. Und zu sehen, dass jemand anderes genau dasselbe durchmacht, weil er den Mann, die Schwester, die Oma, den Papa, den Vater, den Bruder etc. verloren hat. Das hilft uns. Das hilft uns dabei, unseren eigenen Schmerz besser tragen zu können. Und andere sind auch da, die deinen Schmerz mit dir tragen. Die sich mit dir austauschen können. Die wissen vielleicht, was dir gerade fehlt, weil du noch am Anfang der Trauer bist. Trauergruppen sind so wunderbar. Und man muss dafür nicht in irgendwelche Städte fahren, wenn man es nicht kann. Oder Institutionen aufsuchen. Sondern es gibt auch ganz wunderbare Trauergruppen in den sozialen Netzwerken. Einfach mal da hineingehen. Musik. Vierter Punkt. Musik ist ein wunderbares Hilfsmittel. Hör gerne auch die Musik, wenn es dich nicht zu traurig macht, die dein Liebster Vorausgegangener gehört hat. Dann fühlst du dich mit ihm verbunden. Höre Musik, die dir hilft, deine Gefühle zu transportieren. Wenn du schlecht weinen kannst, vielleicht diese Trauer nicht rauslassen kannst. Vielleicht ist Musik ein wunderbarer Katalysator dafür, dass du deine Trauer herauslassen kannst. Vielleicht erfreut sie dein Herz. Hör die Musik, die dir gut tut, die dein Herz umspielt. Die dein Herz ja einfach wiegt. Es gibt so wunderbare Musik, die dabei helfen kann. Und wie ich schon gesagt habe, bei den Meditationen gibt es auch sogenannte Heilfrequenzen. Schau dir die gerne auch einmal an. Also, ich hoffe, dass ich dir vielleicht ein paar Tipps an die Hand geben konnte, damit du besser mit dem Vorausgehen deines geliebten Menschen zurechtkommen kannst. Schau dir vielleicht auch diese Meditation an, die ich gemacht habe. Die könnte dich auch unterstützen in deinem Trauerprozess. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du eines Tages imstande bist, diesen Verlustschmerz ein bisschen auszugleichen. Hier kommt mein nächster Kontakt. Und ihm Platz machst zur Freude des Wiedersehens. Ich danke dir. Ich danke euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Ja, abonniert meine Seite. Ich bin für euch da. Herzlichst, eure Cynthia. Tschüss.